Ich grüße euch Freunde, willkommen zurück bei Saints Row und dieses Mal die Trophäe der Profi. Hierzu müssen wir in der Gesucht-App natürlich alle gesuchten Personen töten oder die abschließen halt. Jedenfalls eigentlich alle. Das heißt, wir müssen wirklich alle zusammen zwölf Stück und dann bekommen wir am Ende der letzten Mission die Trophäe. Das heißt, wir müssen aufs Handy, auf die Gesucht-App, da ist sie, und dort alle zwölf gesuchten Personen zur Strecke bringen oder halt abschließen die Missionen an sich. Nicht alle werden zur Strecke gebracht, sage ich jetzt mal so. Und da seht ihr schon, dass es insgesamt eigentlich zwölf sind. Ihr müsst natürlich dafür auch die eine Mission beenden. Das heißt, in der Hauptquest könnt ihr die Gesucht-App übernehmen. Da kriegt ihr dann alle. Also, bis zum nächsten Mal. Ihr sucht mich auch auf Instagram und Twitch-Spiel. Links findet ihr in der Beschreibung.